100 Menschen verwandeln Schallwellen in ein Mandala. Unser Bild von Inklusion. Für einen Moment wird hundertmal ich zu einem einzigen wir. Der Fame Forest, eine Initiative der Barclays Arena in Hamburg, schafft Biotope in den Köpfen, im Herzen, in der Natur. Wasser zaubern. Die Welt ist bunt und es gehört dazu, dass man sich mit all dem, was die Welt zu bieten hat, auch beschäftigt. Wie wir alle Menschen, völlig egal welcher Herkunft, welcher Hautfarbe, welcher Religion, sexuelle Orientierung und wie wir es schaffen, dass wir gemeinsam und gleichberechtigt zusammenleben. Ich glaube, das ist das, was eine Gesellschaft stark macht. Wir haben heute gesehen, was wirkt der Ton und Stimme von Mensch. Es gibt viel mehr, was uns verbindet, als was uns voneinander trennt. Und das zu sehen, das war hier, ich glaube, der Teil Magie. Das war hier, ich weiß. nicht nur... Zurück. ��